Gott hat den Preis bezahlt. Wir lesen in Zacharia 13 Vers 7, Schwert mach dich auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mir der Nächste ist. Das spricht der Herr Gott Seebaut. Hier wird etwas ganz Krasses schon vorhergesagt und es wird deutlich, Jesus Christus in seinem Mensch werden, in seinem Kommen auf dieser Erde und auch in seinem Tod am Kreuz. Das ist nicht mal zufällig so passiert. Das ist nicht so ein Plan B, C, D gewesen, dass Gott nichts Besseres hätte sich einfallen lassen können, sondern das war von vornherein klar und deutlich. Als Gott die Menschen schuf, wusste er, schon im Garten Gethsemane, schon damals wusste er, es wird mich alles kosten und es ist der einzige Weg, gerecht und heilig zugleich zu sein, nämlich indem Gott selber den Preis für unsere Schuld und Sünde getragen und bezahlt hat. Das wird hier deutlich. Das Schwert wurde gesandt. Hand anzulegen an wen? An Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte. Wer ist Gott der Nächste? Er selbst, der in sich selbst eins ist, in seiner Dreieinigkeit. Und hier wird eigentlich etwas ganz Fantastisches für uns Menschen deutlich gemacht. Gott hatte Ja gesagt. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, dass Gott eine Quelle gegen Sünde hervorbringen lassen hat, nämlich in Jesus Christus in diesem Blut. Und da ist Freiheit. Und das hat Gott ja nicht einfach mal so gemacht, indem er die Augen zumacht und sagt, naja, wir tun mal so, als wäre nichts passiert. Nicht so wie Menschen, die dann die Dinge irgendwie unter den Teppich kehren und nicht so die Menschen, die dann versuchen, irgendwie mit irgendwelchen Dingen, Sachen wieder gut zu machen. Nein, Gott hat ein vollkommenes Opfer in Jesus Christus vollbracht. Und das Gigantische ist, das dürfen wir im Glauben in Anspruch nehmen. Das dürfen wir auch in Treue in Anspruch nehmen. Selbst dann, wenn wir untreu geworden sind, gilt es, der Preis ist bezahlt. Und dieser Preis war so kostbar, so groß, dass dann die Bibel fragt im Neuen Testament, wie könnte uns Gott nicht mit ihm auch alles schenken? Wenn er doch seinen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch in allen anderen Verheißungen ein Ja geben? Genau da gilt dieser Glaube und dieses Vertrauen und dieses sich in Jesus Christus verlieren. Nämlich, ich weiß, du hast dein Leben für mich gegeben und ich nehme es in Anspruch, deine Vergebung und Liebe. Und darum sollst du der Herr meines Lebens sein. Darum will ich dir folgen. Und du sollst der Hirte meines Lebens sein und ich will dir folgen und dienen und ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Ich wünsche uns, dass wir das erleben, auch immer wieder neu, dass es nicht so eine alte Sache ist. Ich habe da mal vor vielen Jahren Jesus ja auch mein Leben gegeben, sondern dass das frisch ist. Ja, jeden Tag uns begeistert und sogar noch jeden Tag etwas mehr an Erkenntnis hinzugetan wird, wie groß der Preis dieses Jahr, was Gott ausgesprochen hat über unserem Leben, wie groß dieser Preis war. Ihm wollen wir dafür danken und ihm wollen wir dafür ehren. Ich wünsche uns das von ganzem Herzen, auch im Start in dieser Woche. Gott segne euch und wir sehen uns gerne wieder. Gott segne euch und wir sehen uns gerne.